hallo besser begeistert ich bin der sergi von online shop www.jar-messer.de es geht heute um eine aktion ein kurzes info video es geht um die bware also wir haben 17 irbis black white mit n690 stahl aussortiert gehabt und die will ich jetzt hier als aktion in mein shop einstellen bzw wenn ihr das video sieht ist schon eingestellt es sind wie gesagt nur 17 stück es sind kleine fehler vorhanden eventuell passung kaydex vielleicht anschliff oder oder passung griff schale zum beispiel alles halb so wild man kann das ding auf das ist auf jeden fall benutzbar und mit ein paar griffe wenn man halt möchte dann kann man das auch so eine a-ware sozusagen machen aber ich mache das nicht deswegen verkaufe ich das einfach als bware und wenn er wie gesagt das video sieht unten in der beschreibung werde ich einen link einstellen genau genau aus diesem grund leute könnt ihr auf jeden fall meinen kanal abonnieren und damit er solche aktionen nicht verpasst auf jeden fall benachrichtigungen drücken und dann seid ihr ziemlich die ersten die von solchen aktionen erfährt und habt auch die chance so eine bwareware zum sehr günstigen preis zu erwerben auf dieser stelle sage ich daumen hoch oder runter aber noch mal ganz wichtig da lassen und bis zum nächsten mal tschüss